9.12 Uhr, wir sind schon wieder mittendrin im Gespräch, aber wir gucken erstmal auf Steffi Graf, auf George Clooney, auf David Beckham oder Guido Maria Kretschmer. Diese Promis haben eins gemeinsam, nämlich eine glückliche Langzeitbeziehung. Was macht so eine gute Beziehung auf lange Sicht aus? Warum sind manche Paare zufriedener und glücklicher als andere? Warum bleiben manche für immer zusammen, andere nicht? Welche faktoren Entscheidungen sind, damit Partnerschaften funktionieren? Eben auf lange Sicht, das verrät er uns, Deutschlands Beziehungscoach Nummer 1, Emanuel Albert. Wir sind ja wie gesagt schon die ganze Zeit, aber mit dem ganzen Studio hier am Diskutieren. Pass auf, es gibt ja diese eine These, eine gute und lange Beziehung ist wie eine neue Aktie am Markt. Entweder legt sie langfristig eine gute Performance hin oder sie empuppt sich als Fehlinvestition. Erklär uns mal, was dahintersteckt und gehst du da mit? Das ist total krass mit dieser Aktie, weil Aktie, da muss man sich wissen, wenn jemand eine Aktie kauft, dann kriegt er gesagt, kauf diese 3, 4, dieses Mischpaket. Ein Mischpaket wäre wie, nimm diese 20 Partner und schau mal, welcher von denen performt, die anderen 19 schmeißt du weg. Ja genau. Oder die anderen 18. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das heißt, hier muss ich als Mensch auf alles auf eine Karte setzen. Jeder Banker gerade würde sagen, um Gottes Willen und was hast du für Chancen, wenn du alles auf eine Karte setzt? Es gibt klare Zahlen, 40 Prozent der Beziehungen, also 4 von 10, die werden was. Und die anderen 6, die dümpeln nicht nur rum, sondern das ist dann leider, wenn die zusammenbleiben und das passt nicht, das nennt man toxisch. Das heißt, hier machen sich Leute kaputt, 6 machen sich kaputt, 4 passen, wow. Also das ist eine sehr spezielle Aktie. Und du hast vorhin schon angedeutet, man kann schon im ersten Jahr erkennen, ob das was Längeres wird oder nicht. Woran? Tatsächlich ist es so, dass glückliche Beziehungen von Anfang an glücklich sind. Also es ist nicht so, dass ein Paar irgendwie zusammenkommt und plötzlich im zweiten Jahr glücklich wird. Es gibt Menschen, die befreundet sind und sich über Jahre plötzlich pum und es hat pum, zoom gemacht und zusammenkommen. Aber in einer Beziehung ist das so, gleich am Anfang solltest du ein relativ klares Bauchgefühl haben von Zufriedenheit. Es gibt diese Traumbeziehungen und es sind tatsächlich 4 Prozent und die haben auch von Anfang an eine traumhafte Beziehung. Das finde ich aber ein bisschen tröstlich, muss ich sagen. Ja, findest du? Herrlich. Ja, das ist nur 4 Prozent eh am Ende schaffen, eine langfristige, glückliche Beziehung zu führen. Pass auf, also okay, darauf kommt es an, dass man ein gutes Gefühl hat miteinander und nichts verstört. Also es ist am Anfang folgendermaßen, wir haben ja am Anfang wirklich, da kann jeder sich mal ganz kurz testen, zu welcher Sorte er auch gehört. Also es sind mehrere Dinge, die jetzt wichtig sind. Habe ich erstens Kommandreipunkte. Erstens, hast du dieses Bauchgefühl von, wow, ist das irgendwie schön, ich glaube hier diese Aktie, die wird steigen. Es ist also kein Loser, der in 10 Jahren plötzlich nochmal performen soll. Ich meine, die 10 Jahre sind sowieso weggeschmissen. Und das, zweitens, wenn du im Alltag mit der Person bist und die lässt irgendwas liegen, keine Ahnung, du hast die Geschäftsmaschine zum Beispiel offen und hast irgendwo noch deine Tasse rumliegen lassen, schon wieder deine Kaffeetasse. Was macht dein Gehirn jetzt? Sagt dein Gehirn, diese Tasse wird die Karin das nie kapieren, ich kriege die Motten. Oder, sagt dein Gehirn, die wird genauso busy wie sie sind, die wird heute Morgen wieder um 3.50 Uhr. Gut, dass es nur die Tasse war, räume mich gerne weg. Die mit dem anderen denken, das sind die besseren Beziehungen. Macht Sinn. Drittens, das ist eine Sache, die finde ich total schlimm, habe ich eine Lotterie gewonnen, habe ich eine Lotterie gewonnen. Was ist das? Ich komme mit jemandem zusammen und dann stellt sich heraus, wir haben heimlich viele Ähnlichkeiten. Diese Statistik knallt voll. Das hast du in unserer ersten Begegnung hier auf der Couch schon gesagt. Dazu schreibt Gabriele Beate Hefele aber. Zum Beziehungsthema, passt super heute, Hochzeitstag, 49 Jahre, weiratet, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und das klappt, weil wir den Richtigen, die Richtige fanden, keinen Kompromisspartner. Außerdem, da hat ihr Coach nicht recht, wir sind total verschieden, auch beruflich, da profitiert aber jeder vom anderen. Und anderen Gesichtsweisen und Talenten, das hält jung und flexibel, sagt sie, wichtig, im Grundsätzlichen einig sein. Was Treue betrifft, Politik, Doppelbadewanne einbauen und jeder hat seine eigene Zahnpasta. Aha. So, und da sind wir dort, also erstmal Gratulation auch von ganzem Herd, 49 Jahre, das musst du erstmal schaffen. Sie gehören offensichtlich zu der Aktiensorte. Zu den 4 Prozent. Ja, vielleicht auch zu den 4 Prozent. Die glücklich sind. Die glücklich sind, genau, die schon in Stoll gestartet sind. Was hier rauskommt ist, natürlich bin ich verschieden, ja, du Döner, ich Hähnchen, was der Himmel warst oder du vegan. Das kann alles sein, nur wie gehen Sie damit um und was steht da unten und das finde ich ganz toll. Grundsätzlich sind wir uns einig, das heißt, wir haben wieder dieses, es passt. Es muss nicht alles passen, da brauche ich ja meinen Zwilling, am besten noch einen anderen geschlechtigen. Sondern es muss passen, dass wir immer durch die Krisen kommen. Also die Paare trennen sich, weil sie nicht durch die Krisen kommen. Und da ist es so, gemeinsame politische Richtung etc. So was ist das Entscheidende. Oder sind halt, ich meine, das gibt es ja auch, das sind ja nur 4 Prozent glücklich. Es gibt ja ganz viele lange Beziehungen, aber da sind sie halt nicht glücklich. Ja, schauen wir uns doch mal, wir haben noch eine Zahl, haben wir noch. Eine Zahl haben wir noch. Ja, die finde ich, also es gibt ja mehr Ehepaare, also viel mehr Menschen heiraten. Richtig. Aber die, die das zweite Mal oder dritte Mal heiraten, die ja da reinzählen in diese Statistik, scheitern häufiger. Warum? Das ist total verrückt. Also unsere Eheschließungen gehen hoch, stimmt. Aber jetzt trennen sie sich früher, ist zweite, dritte Ehe Quatsch. Nein, man hat festgestellt, dass die einfach viel früher wissen, wir haben den Fit, wir sind diese 40 Prozent, die Aktie, die steigt. Und die anderen sagen, boah, jetzt nochmal den ganzen Schrott, den ich da, das machen wir nicht. Und die lassen früher los, was ich total geil finde. Also das ist für mich glücklichere Beziehung, weil ich mache Platz für den nächsten, der vielleicht besser passt. Aber muss man dann gleich heiraten, weißt du, das ist mal so mein Thema. Doch, doch, das müssen die, ich habe das in meiner Praxis. Doch, ich habe in meiner Praxis. Emane, Emane, wir fahren jetzt zusammen auf diese Insel, kann ich da nicht auf die Knie gehen und ich sage, hey, wir haben nicht bei einem Jahr rum. Willst du noch ein bisschen warten? Ich habe das ständig. Also Leute, die schon mal verheiratet waren und die die große Liebe wieder trifft und küsst, was ja geil ist, die kriegen dann ganz zittrige so, oh, wann kann ich heiraten? Ist so. Wir sind zur Zeit, wir lieben heiraten gerade, ja. Und machen dann auch einiges besser und trennen uns auch wieder schneller, wenn es nicht passt. Ich finde das eigentlich keinschlepp. Naja gut, okay, da muss ich mich noch überzeugen. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.